Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagten Sie Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den Äußeren verteidigen. Ich bin ein Koppel-Ping. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Die ganze Welt würde aufhorchen, weil er durch den letzten großen Einsatz geheiligt wäre. Alles Menschliche, das man heute an uns kritisiert, das wäre dann mit einem Schlag abgewischt. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her an... Ah, hier ist Steiner! Steiner! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Venk! Soll mich das... General Venker ist coming with a 12. Armee to save Berlin! Göring, as if he were not versatile enough already! It's a raving Schweiler! And in mind that his ambition was to be the first lady of Germany, was I didn't realize was, that he wanted to be the first man as well! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann schau dir Armee! You wanna pay him while he dretches as obscene body and perfume? Dann entlösen wir die Westfront! Haben Sie noch Zweifel an eurem Befehl? Ich... Junge Mann! Are you a mistake? Are you a... Are you a... Are you a man? Ich habe mich klar genug! God, Lord! Die Maden sind mein Befehl zu widersetzen! Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber wir müssen auch da eis... Can you keep repeating yourself? Verreiter! I can't tell a man who keeps repeating himself! Mein Führer, bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten. Wir könnten jetzt keiner rutsch... Der Militär hat mich verjogen! Jeder hat mich verlogen, sogar hier... Haben Sie hier! Das Berlin hat Frauen! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haus! Ihr Hirn! Dann haben Sie mal nicht hier! Ihr verrächtiger, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Ich stand Feiglinge! Verreichter! The Third Reich hat a new leader! Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ruhig! Dann auf! Jahren lang ist das Militärmler-Aktion im Loppehiedern! An Emil, dann auf! Das hat mich gegen nur als Fettpicken! Und jahre, alle höheren Offiziere liegt... We wouldn't be in this place now, if it wasn't for you! Ich war lieber von der Akademie. Und doch habe ich allein... Oh, amai, 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 amai Heinrich Himmler! Ein Zerropper, oh oh! The victorious Russians are braiding and off Hitler through the streets in a cage like the Absahn, performing, manke, das hier ist! Und jetzt das? Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzufrehen. Mein Führer... Mir wird das alles in Ordnung? Are you mad? Find it! Wir können das Wagen, wenn das Handeln zum Feigdrappler... Das bleiben ihm raus... Fragend! Fragend, evil little man! Evil little coward! Von allem ein Fang an! Blut! Fählen wir hier! Blut! Blut! Es ist so verknaden! I have tried to cleanse the Earth! Blut! 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 Draugenwagen! Deutsche Falke! Aber alle dieser Pfarrer werden... Bring me... ...Vegan ein. Etwas! Wirst du mal ihn an die Wand stellen! Mit ihrem eigenen Blut verzippen! Am I one and only God, I would like to kill you! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! I have no idea God! I have no idea family! 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 ... ... ... ... Wo 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 joined